Michael Speyer, Oberhand Fahrendes Zeug Feuerzeug zum Wegwerfen Köpfe nicht nachfühlbar Weggeworfene Gegend Stadt ohne Not, ohne Wort Mein Auto, mein Auge Wohin fahren wir? Abgeräumt, trapezund, die Titernei Verworfen die Berge von den Fasslichen zum Abfall Das Unbefragte, die Akribie der Zärtlichkeit Windplisee, nicht nachfühlbar und weg Der Raum, Rehwiesen, Rand Und gemeine Nachtkerze Ihr verstohlenes Geheimnis Im verschrammten Fluss Aus Oberland Wörterkollern Lieblos im Abbruch Zu vernichten die Gewaltigkeiten Und die noch da sind Die unentwegt Nehmenden Die sich beölen Und die noch da sind Die Schreiber gerissener Kopfdichtung Ohne Makel und Wert Blind im Aufprall Michael Speyer, Oberhand Gelesen von Helga Heinold Aus dem Buch Verwunschenheitszustand Erschienen im Afaya Verlag Mit Untertiteln von 2.5. 20.21 1.8. 2.8. 1.8. 3.5. 4.1. 3.4. Vielen Dank.